Herzlich willkommen bei meinem kurzen Video über das Einbetten von Videos in Webseiten und Blogposts. Ich bin hier in der Kanalansicht meines YouTube-Kanals und habe hier bereits den Link Weiterleiten, der auch zur Option Einbetten führt. Aber komfortabler ist es, wenn ich in die Einzelansicht des Videos wechsle. Die Einzelansicht erkennen Sie, wenn hier oben das Logo der Kanalansicht fehlt. In der Einzelansicht, die ohnehin die Standardanzeige auf YouTube darstellt, werden die Embed-Funktionen benutzerfreundlicher angezeigt. Jedenfalls meiner Meinung nach. Ich klicke auf Weiterleiten, ziehe mir die Seite etwas hoch, damit ich alles schön am Bildschirm habe und klicke hier auf den Button Einbetten. Im Feld mit dem blauen Hintergrund wird bereits der Code eingezeigt, den ich in meine Webseite oder in den Blogpost hinüber kopieren kann. Aber vorher sollte ich noch kurz überlegen, welche Optionen mir YouTube hier zur Verfügung stellt. Zunächst kann ich die Anzeige von Vorschlägen für ähnliche Videos nach dem Abspielen meines Videos ausschalten. Diese Anzeige schaut derzeit so aus. Die Vorschläge hier werden errechnet aufgrund des Titels meines Videos, des Begleittextes und auch, wer das Video gepostet hat. Im Beispiel hier sind weitere Gewaltschutzvideos sowie Videos aus meinem YouTube-Kanal zu sehen, unter anderem. Das kann eine sehr interessante Funktion sein. Unter den Vorschlägen können aber auch Videos sein, die Ihnen peinlich sind oder die Sie ablehnen. Die Option HTTPS sorgt für eine zusätzliche Verschlüsselung des Datenverkehrs zwischen Web-Server und Computer. Wenn Sie ein YouTube-Video in eine Webseite einbinden, die HTTPS verwendet, sollten Sie diese Option für einen Embed-Code auswählen, da diese Website dort, wo das Video eingebettet wird, sonst eine Warnung anzeigt. Wenn das Video in HD produziert und hochgeladen wurde, kann ich hier einstellen, dass es dort, wo es eingebettet wird, standardmäßig in HD angezeigt wird. Meiner Erfahrung nach funktioniert das aber nur, wenn die Seitenmasse 11280x27 verwendet werden, was in aller Regel viel zu groß ist. Die Option Erweiterter Datenschutz steuert die Speicherung von Cookies durch YouTube. Mit aktiviertem erweitertem Datenschutz wird kein Cookie gespeichert, wenn das Video auf einer Webseite nur angezeigt, aber nicht gestartet wird. Und wenn es gestartet wird, kann es zwar zur Speicherung eines Cookies kommen, es enthält aber keine personenbezogenen Informationen. Das jedenfalls ist die Erläuterung dieses Features auf YouTube. Der neue Einbettungscode unterstützt sowohl Flash als auch HTML5-Videos. Der alte Code nur Flash. Soweit ich das verstehe, sollte es mit YouTube-Videos keine Probleme geben. Auch für das iPhone, das Flash grundsätzlich nicht unterstützt, wurde eine Lösung gefunden. Eine eindeutige Empfehlung kann ich leider nicht abgeben. Sehr wichtig ist es aber auch, die Größe zu bestimmen, in der der Videoplayer auf Ihrer Seite Ihrem Blogpost angezeigt werden soll. Sie können den Platz, der zur Verfügung steht, ausmessen oder einfach probieren, bis Sie die richtige Größe gefunden haben. Ich habe hier vordefinierte Größen. Ich kann aber auch selbst entweder Höhe oder Breite so eingeben, wie mir Platz zur Verfügung steht. Und die Breite bzw. Höhe wird mir im richtigen Seitenverhältnis ausgerechnet. Alle Anpassungen, die ich in diesem Abschnitt vornehme, werden unmittelbar in den Code übertragen. Ich bin jetzt fertig und klicke in dieses Feld. Der gesamte Inhalt wird markiert. Ich kopiere ihn und wechsle zu unserer Kursplattform. Ich öffne die Eingabeseite für einen neuen Blogpost, gebe einen Titel ein, einen kurzen Einleitungstext und kopiere den Code gleich darunter. Es gibt Plattformen, die ihren Userinnen mehrere Optionen für die Eingabe von Code anbieten. Sie brauchen jedenfalls die Berechtigung dafür, Full-HTML-Code einzugeben. Auf unserer Drupal-Plattform haben wir standardmäßig Full-HTML-Eingabeformat eingestellt. Bitte prüfen Sie, ob Sie auf Ihrer Website die erforderliche Berechtigung dafür haben. Auf WordPress stellen Sie bitte auf HTML um und fügen hier den Code ein. WordPress wandelt den Code um. Größenangaben werden nicht übernommen, weil WordPress die Größe automatisch an die Breite der Textspalte anpasst. Die übrigen Anpassungen, wie zum Beispiel das Ausschalten von Video-Vorschlägen, werden übernommen. In vielen Editoren finden Sie für das Umstellen auf HTML-Code dieses Symbol. Sie schalten damit Ihren Editor aus und können Code im HTML-Format einfügen. So, und hier auf unserer Kursplattform können wir den Blogpost jetzt abspeichern. und das Video wird schön in unsere Kursplattform eingebettet. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hilft beim Einbetten von YouTube-Videos. Good luck! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!